Musik Im Osten Nürnbergs im Stadtteil Fischbach finden wir am Ortsrand, mitten im Grün des alten Baumbestandes, den Fischbacher Friedhof. Die moderne, pyramidenförmige Trauerhalle fasst ca. 100 Personen. Es gibt 70 Sitzplätze und zusätzlich etwa 30 Stehplätze. Das große, farbenfrohe Glasfenster verleiht dem Raum seine ganz besondere Atmosphäre. Ein gesonderter Raum, um persönlich Abschied zu nehmen, ist ebenfalls vorhanden.